hey leute wassapp munbun hier herzlich willkommen zurück zu overwatch erneut habe ich heute im ts und in meiner gruppe bei mir den hüeres hallo hier ist ja 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 bella und die bea und wir spielen wieder ein ganz normales match volksgeier industrie jetzt moment wenn wir verteidigen kann ich in der tat jetzt symmetra spielen in der tat richtig in der tat in der tat die die dr best werbung das macht auch ich muss immer an luna denken an die sängerin ja an die die hat halt ist auch so südländisch spanisch angehaucht wo bist du du hast doch 1 doch durch 225 leben jede wetter ich habe 175 normal ja ich gehe auf dem was sagen ich bin ich schlecht die fensters in place aber irgendein bengel habe ich glaube ich noch nicht geschildert ja ich mich ja ich mich ja ich mich für den hanzo hast du noch nicht schön wo ist der auch kommt zurück baby von wo kommt er von rechts oder die haben die haben die baby also wenn sie von hier kommen dann häng ich da da haben wir noch ein zusätzliches ding auf oh fuck oh lol ich bin verstauen nein 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 warum hänge ich fest oh oh jesus oh lol ich bin voll bis ich zum hiegelaufen will habe ich mich regeneriert ja ja hast du mir eine sphäre der harmonie gegönnt das habe ich wohl die waren gleich in meine kugel rein da will ich sie hier ich bin gesund die warte reis noch 25% bis tele ah lol ja der fettzack war noch nicht geschildert kam er vertreten fed fed euer ihr macht sich schlecht von uns oh jesus oh lord oh jesus oder viel prozent braucht ich gehe teleport erstellen Im. Ich muss mir nur noch kurz überlegen, wo. Nein! Ähm... Irgendwie im Heuschen. Ne, im Heuschen, da gehen die ja auch immer rein. Oh, fuck! Der Reba ist oben, hinter uns! Ähm, wo ist hinter uns? Beim Spot hinten bei A. Ich guck mal, ob ich ihn aufhalten kann, like a boss. Ist er schon down? Die Widow müsste doch eigentlich hier regeln. Wir haben grad Infrasicht und ich seh ihn nirgends. Oh, die Diva! Die ist nicht durch. Walker eliminiert. Oh! Oh, 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 oh! Ich renne voll in das Nasenloch des Drachen. Das Nasenloch des Drachen! Mit Jackie Chan! Oben, oben, oben! Ah! Nach, Mann! Die haben deinen Teleporter wieder gezählt. Neee! Ich hab keinen Teleporter. Es sind noch drei Aufladungen übrig, Baby! Aber... Mach die Klubsch los, ey! Mach die Klubsch los, ey! Mach die Klubsch los! Mach die Klubsch los! Ist auch grad, als du es gesagt hast, dass jemand durch... Hier, der Reiner ist durch! Oh, das gibt nen Triple Kill, Baby! Das gibt nen Triple Kill! Yeah! Oh, oh, oh! Was sagste? Ja! Oh, oh, oh! Der Mann mit dem Schild ist durch! Der Mann mit dem Schild ist durch! Der Mann mit dem Schild ist durch! Warum hielt mich eigentlich niemand? Ja! Weil ich mich mit Reinhard beschäftigt bin! Ich warb den Reinhard! Ey, was machst du bitte mit Reinhard, Baby? Was bin denn? Da vorne steht der Teleporter! Sag mal, wie blind kann ein Mensch eigentlich sein? Ich dachte, ich hab schlechte Augen! Ich... Ich... Ich spawle, lauf grad aus und bin drin! Oh, fuck! Die Diva hat meine Däher zerstört! Ne, dass ich... Übrigens, dass ich hinterm Tisch... Einfach mal so... Ja eben, aber du musst ja da... Hast du es echt gesehen? Du musst ja da vorbeilaufen! Ich bin nicht der Einzige, der vorbeigelaufen ist! Pfff! Noops! Reinhard, was bringt dir dein Schild jetzt, hä? Ja, vor allem kann ich nicht... Ah! Ist das denn? Was hat er gemacht? Ah! Er ist hinter meinen Selbstschlussanlagen stehen geblieben, so dass er gebrutzelt wurde, und hält sein Schild hoch, weil er gedacht hat, es beschützt ihn, aber er wird gebrutzelt. Dann hab ich noch eine Kugel in das Face geschossen. Neuer Teleporter steht wie er ist! Ah! Sehr schön! Sehr schön! Ja, hier stimmt keine... Warum war das jetzt eigentlich wieder auf Deutsch? Ist was bei dir vielleicht? Ja. Da hinten... Kannst du es nicht vorm Tisch... Ah nein, das kann ich ja nicht... Das kann ich nicht beeinflussen. Ja, stimmt. Weckträger da. Oh, sie brechen durch! Die Nerds brechen durch! Oh, sie brechen durch! Brecht den gleich mal was! Oh, lal! Juckerei da schon wieder! Mehr! Gib mir mehr! Ich muss töten! Oh, Zeit nun! Oh, Zeit nun! Zeit nun! Oh, das probiert mich! Das macht er einfach einen Dreierkill! Jetzt kriegt er wieder das Highlight! Alter! Süß! Jede Wette! Teleporter down! Oh, Mann ey! Oh, Mann ey! Oh, Mann ey! Oh, Mann ey! Ich bin gerade abgelehnt! Da war Widowmaker's Butt! Da musste ich kurz drauf gucken! Außerdem, jetzt kommen sie hart! Jetzt kommen sie hart rein, die Leute! Ich liebe Baked Bars! Ich liebe Bars! Und ich liebe Bars! Oh! Schild! Ja! Schild den Jäger! Kann mich brauchen rein! Ich brauche rein! Ich brauche rein! Oh, Juchino Tino Cray! Oh, oh, oh! Hier hinten! Ah, fuck! Ich habe gedacht, ich könnte ihn aufhalten! Sie kommen von der Seite hinten rein! Von der Seite hinten rein! Ja, Mann! If you know what I mean! Ja, haha! Oh, sie kommen hart! Ja, sag ich doch! Überall! Überall! Du musst rein! Wir dürfen uns nicht hier hinten zergen lassen! Wir müssen aufs Feld! Die Tappen! Oh, Lonn! Lonn! Ey! Nein! Oh! Was macht denn auch der Reiner hier? Oh! Unfähiges Team mal wieder, ey! Ja, Zoom! Da guckst blöd, ey! Ja! Klasse, gell! Also, machen wir noch die Rückrunde! McCree! Ich habe es genau gewusst! Ich habe es genau gewusst! Ich habe es genau gewusst! Ich hatte so ein schöner 3er Kill! Ohne Ult! Und er stellt sich einfach hin und drückt wieder Kuh, ey! Ja! Oh Lord! Kleiner Wichser! Ah, er hat in 4a gelandet! Okay, okay! Dann ist fair! Dann ist fair! War ja nicht mal sein! Als gehen wir es am Mundbun! Oder war mal ein Haken-Trepp-Faktor? Oder 47%? Schlecht! Ne, ne, ne! Schlecht! Ja, Ehre Mercy hätte es eigentlich verdient! Aber... Wayne! Näh! Leal! Wayne! Oh, oh! Wayne! 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 Ja! 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 Ich bin noch nie dem Ladescreen durch, du Bagger! Upsa! Dann nehmen wir für den Angriff... Knalli! Was nehmen wir denn für den Angriff? Wieso ich ja da nicht Junkrin? Ne, ne Diva für den Angriff! Ja! Wollen wir jetzt nehmen noch was Offensives? Maguzar! Maguzar, wenige offensiver Helden! Komm schon! Nehm da! Ja, Nehmt! Tracer! Wenn er Tracer kann ich ja gut! Jetzt gebe das Lieb mich mal aus dem Kopf. Ach,e hat einen Tracer Getracert.... Dies schon war ok. Eigentlich! wenn der hand so was kann dann haben wir gewonnen dann musst du das spiel löschen ich hab den genti verjagt hier oben aber die haben übrigens eine zarya die ballert hier schon ihre dinge oder hochkartoffel stick ich schaue gleich voll raus ok ja ich kann dich ja wussten ja das ist das ist natürlich schlecht das ist gut vielleicht klappt es hat geklappt es hat ja ich brauche ich brauche irgendwas wo ist sie die fotze da unten ist noch irgendwas Jeeeh! Oh, oh, Oh! 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 Torbjörn! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, fuck, das ist ja fast mein Triple Kill geworden. Ah, immerhin. Double Kill. Schnaillen. Oh lol. Hör mal auf jetzt. Ich geh voll rein. Ich geh voll rein. Oh, das reicht nicht über die Mauer. Ich bin drauf, kommt. Hilf mir. Hilf mir, meine Freunde. Geh auf der Heile, auf der Heile. Ah, die Fahrer. Komm schon, komm schon, komm schon. Kann ich, kann ich mich noch töten? Die sind alle hinten unter dem Fenster. Nice, ich habe einen getötet. Einen geboss. Double kill. Der Baba ist auch dabei. Komm, 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 komm. Die ist hinten. So, bleib da, bleib da. Bleib sie weg, lass sie weg, lass sie weg. Ja, geht doch. Lol. Alter, jetzt mache ich, was ich am allerliebsten mache hier als Diva. Und sie liefen. Ich bekleide die Fracht, Baby. Ich wusste gar nicht, dass die uns in der Garage gucken. Ja, wusste ich ja nicht. Aber jetzt weiß ich. Oh, wer wäre jetzt noch ein Reinhardt hätten, der würde sich wieder vor mich stellen, Alter. Und dann könnte ich ja einfach nur BAM 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 BAM. Und was würde ich machen? Und Reinhardt würde es vor mich stehen und schilden. Ja. Nee, ich wollte einfach nur das Geräusch. BAM 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 BAM. Wir müssen GALA töten. GERIDIN! Komm schon, komm schon, komm. Nein. Oh, fucking hell. Wurscht die. Ich hab sie. Hinter uns ist eine Pfarrer. Oh, lol. Ja, vor uns, hinter uns, über uns, links. Ja, jetzt habe ich mal einen Diva-Ulter. Ich gehe es dann so rein und dann wird uns sehr hart genervt, Alter. Aber warte bis zur Schnittstelle. Wirklich? Bei der Kurve. Ja? Warum? Oh, Leute. Weil dann alle immer zusammen sind und keiner kann sich irgendwie, ähm, oh, oh, shit. Ah, ah, ah. Vorhören schön, vorhören schön. Aber hier sind so viele, hier sind so viele, mein Fick erluckt. Ich hab ruhig. Okay, dann tu es, dann tu es. Nee, jetzt ist einer down. Dann töten wir auch noch hier. Ja, ja, wir fahren so. Okay, ja, eben. In den Turt, schau die Turt aus, schnell. Wir werden gerätzt. Oh, die werden gerätzt, oh. Turt ist da. Oh, schön, dass den hat der Old Baby. Ich hab Turret und Mercy Kid. Kommt. Der Bangle hier muss dann, oh, jetzt überlebt er auch noch. Oh, 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 oh. Oh, lol, ich hab das Schwein überlebt. Also den Old vom, oh. Alla, wie wir sind nörden, Alla. Hör, du hattest völlig recht. Das ist absolut die richtige Entscheidung. Okay. Bis zur Schnittstelle warten. Ja, das gefällt er dir, ne? Der Schnittstelle nimmt man. Äh, ich geh jetzt dann rein, glaub ich. Ja, ja. Ähm. Am besten ist es halt. Da vorne. Ja, genau, jetzt. Am besten ist. Hier in der Ecke. Jetzt kannst du schreiben. Nervt dies, bitches! Ja, genau, genau. Und wir. Immerhin. Wir rushen jetzt durch. Ah, verdammt. Oh, aber Tracer hat's echt drauf. Oh, da zieht er mich ran, der Fettsack. Ran, der Fettsack. Aber wenn man auf seinen Kopf schießt, dann kriegt man einen schneller Down als er mich. Das ist so üblich bei Hedger. Außerdem hatte ich, hatte ich schönen Heel. Oh, jetzt hab ich's abgebrochen. Das ist. Okay, ähm, ich bin wieder da. Beeiligt, Baby. Wir sind fast bei Ihnen hinten. Ja, ja. Alter, dieser Picksal. Oh, lol. Hedger. Ja, jetzt steht er hinten wieder ein Turd. Wenigstens haben sie keinen Bastion. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Fragisch, wie lang. Haben sie euch gut von denen? Ja, aber jetzt gucken wir ein bisschen fast hinten. Mein Ulti ist schon wieder auf 72%. Nice. Ja, dein Ult wird jetzt Gold wird, ja. Ich hab auch Ulti. Ich geh oben rum, da ist ein Handzock. Ja. Der Hans-Hörm ist weg. Der Hans-Hörm ist unten, aber er lebt noch. Ah, ich hab das Turret nicht down gekriegt. Ach, Menno. Ah, Kartoffelsdicke-Starr. Cool, gleich ready. Lebt ihr doch? Alter. Äh, ich nicht. Nein. Nicht? Äh, nicht. Vielleicht schon in der... Hier schon Ulti zieht. Nee. Nicht? Wir müssen sie nach hinten drängen. Sonst hat's keinen Wert. Okay. Aber wenn jetzt mein Ding wieder hätt. Warte noch, warte noch, warte noch, warte. Ich hab mein Mech nicht. Ich hab mein Mech nicht. Ah. Ja. Ja, ich muss, ich muss, ich muss. Das hat keinen Wert. Schon gut, schon gut. Äh, einen hab ich erwischt. Egal, aber das ist der Heal. Ich steh drauf, ihr müsst hinten das Turret machen. Echt jetzt? Alter, das gibt das nicht. Das Turt stirbt halt keinen Meter, gell? Keinen Meter. Da, man. Ah, wir sind doch schon drin. Ah, Reba, komm schon, komm schon. Ich komm wieder. Wie viel hast du, Muni? Wie viel Prozent? Äh, 17. Ah, shit. Aber ich geh jetzt auf die Fracht und mach mein Anti-Schusswaffen-Dingsbums. Ja. Oh, Leute, es hat nicht lang gehalten. Wir haben zu wenig Leute über da vorne, die reingehen. Ja. Alle Pimmel hinten rum und haben Angst zu sterben. Aber ich will jetzt eigentlich nicht wechseln, weil der Heal brauchst du jetzt schon. Ich fähr zurück. Oh, da soll ich, soll ich reinharten? Ja, zweitmal. Wir machen noch einen Try. Okay. Ja, da passiert halt nichts, weißt du? Ich, ich, ich geb hier Deckung und ein kleines Mann schallt irgendjemand aus. Achtung. Oh, echt. Oh, warte, ich hab... Oh, ja. Ey, aber echt mal, ey. Was für ein Lickskopf, Mann. Nein, 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 das ist gut. Was? Ich, ich schien wer noch am Leben. Torpion hat goldet von ihnen auch noch. Der kommt nicht rein. Ja, aber die sind, die haben jetzt alles, alles weg von denen. Oh, my God. Das Torpion muss weg, Mann. Was? Das macht eigentlich unser Trailer. Ja, ja, das steht schon seit Anfang an da hinten, ey. Oh, Gott, ja. Oh, ich bin in den Trailer. 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 Okay. Oh, vielleicht kriegt ihr Mercy. Kein Mensch geht mit nach vorne. Ah, verdammt. Mein Uld ist ready. Ja, meine auch. Also, jetzt timen wir das mal gut. Bist da? Nee, ich brauche noch ein wenig. Ich bin jetzt gleich da. Okay. Zieh dein Uld. Ja. Oh, jetzt hänge ich in der fucking Junkwetfade, ey. Das gibt es nicht. Triple kill. Jetzt go. Macht was draus. Ja, die Uld sind halt auch alle jetzt. Ach, verdammt. Es hilft nicht. Ich hoffe, wir nicht mehr eh wie da sind. Kein Mensch töte dieses Turret. Kein Mensch. Ey, das ist eindeutig hier. Die Tracer und der Reaper, die sind so unfähig. Die sind so unnütz einfach. Die müssten mal wechseln. Loool. Man. Das kann ich ja nicht machen. ja das hat keinen wert können wir vergessen der hat fünfmal geultet mindestens der bengel ja ja der war nicht schlecht mindestens fünfmal der mooney ganz auch anders sein ach da wo du schön festhängst meine freunde wir werden das video an dieser stelle ich hoffe wie immer es hat euch gefallen schreibt in die kommentare welche hilden hier als nächstes sehen wollt und like das video wenn es euch gefallen hat und ich würde sagen wir sehen uns wieder das nächste mal vielen dank fürs reinschauen ich bin der muni ich bin der jahres und ich bin die bier und wir sind raus ciao ciao